Psychologie, das verraten unsere über den Charakter. Schon als Kinder haben wir meist ein absolutes Lieblingstier. Einige fühlen sich mit dem loyalen Hund am Wohlstehen. Andere zieht es eher zur kleberen, aber eigensinnigen Katze. Psycholog-Innen können aus unserem Lieblings-Vierbeiner einiges über unseren Charakter ablesen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die meisten Tiere dominierende Eigenschaften haben, die sie ausmachen, und zu denen wir uns als Menschen mehr oder weniger hingezogen fühlen. Bei Katzen, Großen sowie Kleinen, sind es ihre Intelligenz und ihre Unabhängigkeit. Hunde stehen vor allem für Zuverlässigkeit und Loyalität. Elefanten wiederum zeichnet ihr großer Sanftmut aus. Haben Sie ein Lieblingstier? Erfahren Sie im Video, was Ihr Favorit über Ihre Persönlichkeit preisgibt. Verwendete Quellen, tdodocom, Psychologe 2gonet. Verwendete Quellen, würde ich Ihnen besonders verabschieden, Verwendete Quellen, sie haben sich jetzt mit einer Schnaußerung zu verabschieden. Verwendete Quellen, die Schnaußerung, die Schnaußerung sind unterúrge sie in der selben Ausgäufe, Verwendete Quellen, die Schnaußerung von Älterung auf dem III-Geräuschen, für die Schnaußerung hat sich in der Schnaußerung des GeBO-Unters, und die Schnaußerung vonlio-Anwärts. Vielen Dank.